Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Coop eröffnet immer wieder neue Läden, grösser und schöner als die alten, mit mehr Auswahl, aber auch mit mehr Komfort. Einkaufen soll schliesslich nicht nur heissen, schnell das Nötigste zu posten, sondern es soll auch ein gewisses Erlebnis vermitteln und Freude machen. Am letzten Donnerstag ist in Arbon am Bodensee das neue Coop Supercenter Nova Seta eröffnet worden. Sicher einer der schönsten Läden weit und breit und das nicht nur in der Ostschweiz. Wir waren an der Eröffnung dabei und möchten Sie jetzt zu einem privaten Rundgang einladen. Dem Wegweiser begegnen wir im ganzen Haus. Im Parterre liegen Supercenter und der Blumenladen. Oben geht es ins Restaurant und zum Heim und Hobby. Aber fangen wir doch mit unserem Rundgang an. Zur Begrüssung gibt es Blumen, stimmungsvoll im Wintergarten arrangiert. Eine wahre Pracht, was da alles grünt und blüht. Wollen Sie etwas genauer wissen, etwas fragen? Tastendruck langt. Einfacher als man denkt die neuen Verkäufer in Form dieser Infosäule. Gemüse und Obst natürlich gartenfrisch, zum selber ernten oder abhackten. Biologischen oder integrierten Anbau erkennt man am Naturaplan Regenbogen. Alles erste Sahne. Das Riesenangebot an Joghurt, Rahm, Butter und Eier. Auch da sind Bioprodukte mit dem Naturaplan Zeichen auf dem Vormarsch. Brot und Käse, das passt gut zusammen. Darum hat man die beiden Reihen auch zusammengelegt. Eine Vielfalt an Kässorten von mild bis rezent und von weich bis hart. Und dazu knuspenfrisches Brot. Beides ist in Bedienung oder im Regal angeboten. Der Metzger weiss über alles Bescheid. Und das grosse Angebot an 1A, Fleisch und Wurstware, lässt keine Wünsche mehr offen. Ob die Bedienung oder Selbstwahl, in der Metzgereiabteilung ist ein guter Schnitt garantiert. Natura-Beef aus artgerechter Aufzucht ist selbstverständlich auch vertreten. Vom Fertigenmenü bis zum Apérogebäck ist die Auswahl in der Tiefkühltruhe einfach super. Nichts wie zugreifen, zubereiten und geniessen. Mehr im Zentrum des neuen Go-Bladen finden Sie alles zum Waschen, Putzen, Pflegen, sich schön machen oder zum sich modisch aber günstig anlegen. Alle Wege sind übrigens rollstuhlgängig und der Hightech-Lift bringt einen bequem in den ersten Stock in eins der drei Restaurants. Das gemütliche Boulevard, der gittige Salon oder die einladende Piazza. Alles mit Selbstwahl oder Free Flow, wie sie in der Fachsprache heisst, damit man niemand warten oder lange anstehen muss. Und nach einer Stärkung gibt es dann vielleicht noch einen Abstecher ins Heim und Hobby mit den Abteilungen für geschmackvolles Wohnen, Do-It und Garten. Ich weiss nicht, wie es reingegangen ist, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aber in diesem Coop Supercenter in Arbon würde ich auch gerne einkaufen gehen. Die Markenartikel, die wir Ihnen in den nachfolgenden Spots zeigen, sind dort auf jeden Fall auch vertreten. Ich fühle Aroma. Ich spüre Aroma. Ich geniesse Aroma. Ich liebe das beste Aroma. Jakobs Medaidor. Erleben Sie jetzt diese Innovation. Die gründlichste Gillette-Rasur, die es je gab. Feine, weiche Lamellen, die nur ein Rasierer hat. Gillette Sensor XL. Diese Lamellen liegen vor den Klingen. Die federnd gelagerten Klingen passen sich ihrem Gesicht an. Die Lamellen straffen sanft ihre Haut und richten das Barthaar auf. Ihre Gillette-Rasur wird noch gründlicher, noch angenehmer. Die neue Gillette-Gründlichkeit. Der neue Gillette Sensor XL. Wie kann sein winziger Magen, klein wie ein Daumennagel, solch einen enormen Lebenshunger stillen? Er kann es. Dank Whiskas Junior. Denn Whiskas Junior enthält alle Mineralstoffe, Vitamine und Proteine, die ihr kleines Energiebündel braucht. Katzen würden Whiskas kaufen. Und gerade anschliessend zeigen wir Ihnen wieder, wie gewohnt, ein paar Aktionsangebote in einer Übersicht. 10 Rosen kosten bei Goop nur 5,90 Euro. Alle Tamtamflans im Quattropack, zum Beispiel Chocolat, gibt es für nur 1,60 Euro. 500 Gramm Jakobskaffee Medaille d'Orvac kommen Sie im Duopack rüber für nur 9,90 Euro. Alle Galateigwaren in der 500 Gramm Packung sind jetzt 40 Rappen günstiger. Die Nudeln breit kosten zum Beispiel nur 1,40 Euro. Und diese Energiesparlampe von Philips gibt es für nur 22 Franken. Und jetzt noch der Goop-Preisabschlag. 500 Gramm Spaghetti Napoli kostet nur noch 1 Franken. In Ihrem Goop-Restaurant gibt es diese Woche ein St-Peters-Fischfilet an Safran-Soße und Reis für nur 8,50 Euro. So, und das wäre es schon wieder gewesen für heute. Am nächsten Mittwoch sehen Sie bei uns unter anderem, was Goop alles unternimmt, um das Verpackungsmaterial zu reduzieren. Bis dann, einen schönen Abend und auf Wiedersehen.